In dem Dreiklang Begutachtung, Bewertung und Entscheidung spielen die Fachkollegien eine zentrale Rolle. Ihnen obliegt mit der Bewertung die fachliche Qualitätssicherung der Begutachtung. Im schriftlichen Begutachtungsverfahren der DFG bewerten die Fachkollegien sämtliche Förderanträge auf der Grundlage der zuvor eingeholten Gutachten. Darüber hinaus sind Fachkollegiaten und Fachkollegiatinnen bei den sogenannten koordinierten Programmen der DFG bereits an der Begutachtung beteiligt. Als Mitglied der Begutachtungsgruppe sichern Sie auch dort einheitliche wissenschaftliche Bewertungsmaßstäbe.